Oh mein Gott, bist du schlecht, Mann! Ja, da wartet, Alter, was für ein kleiner... Oh mein Gott, da kippt er immer noch hier! Mann, wo bist du, du Spongebobst-Fanboy? Irgendwo bist du doch hier. Ah, der... Ah, den hab ich gesehen. Ich komm jetzt extra von hinten. BOOM, BITCH! Wer ist tot! Hahaha, hat da mal dein Maul, Alter. You block me on Gmail, Instant Messenger and Facebook. And now you're going to die. 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 Moin meine Freunde, die Game & Pros, wir heute mal wieder mit einer erneuten Folge von Call of Kiddies. Heute auf jeden Fall haben wir so einen Typen am Start. Ein Kollege von mir hatte den irgendwie in der FL, der ist irgendwie da reingeschlichen, wie so ein Furz. Auf einmal ist er uns nachgejoint, hat dann Palawa geschoben. Das alleine verstehe ich nicht. Er joint jemanden nach und schiebt Palawa. Ich fand das eigentlich ziemlich witzig, was er da erzählt hat, Jungs. Auf jeden Fall gönnt euch das und viel Spass. Ambo, das ist alles. He 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 he. Ich scheiße, ein Gett. Leut. Gefällt. Oh. Den Abend um offen herumzulecken, Alter. Oh shit, das ist wieder Jay, ey. Hä, warum mit die Shader nach dem random. Fuck, die. Mach raus den Jungen, alle. Der hat keinen Bock mit dem zu zocken, was soll die Scheiße machen? Sorry, wa? ja komm ich gibt durchschnittlich gebrauchte also ich mache euch bei euch und dann gehe ich raus du erster hat er wuchen der vollkommen was geht ab und wird uns um die eleber erheblichen penetriert werden verletzt wird er aber auch warum warum wir wenn das ist was er mit dir los warum weniger warum machst du das ist egal wo du war aber nicht nur auf der anderen Seite wo aber du hast hier in der Karriere aufgabe ich glaube ich war ein Prozent es ist der mit dem Loser der Zolli war ein siehst du zu meist gehen aber nun in Zolli war das war das alte Schildesheim um nicht für wir wollen die Begeleitung an der reichete Reitworten übrigens zum Lachen zu machen es war so meist gilt nun wer hat mich gerufen einfach nur ein spartner ein eigenes und soll ich euch mal einen schweigen schweigen entgegen und mein abfahrt kommt eigentlich älter erbrot ja also nach bock ausfahrend haben ausfahrend mit mir ein haligalli zu geben das ist haligalli das ist ein freizeitspielplatz alles klar wo denn auf dem balkan oder was ja das ist eigentlich auf dem stück papier also du musst es so selber finden ich spiele von meinem skill wie alt bist du eigentlich 15 ja das riecht man ey oh mein gott ich spiele gerade so schlecht dass ich fast negativ äh dass ich negativ bin okay ich muss aber wieder hier die zweiten junge mein abfahrt er kommt er hat doch gar nicht ey ich hab gestern 1 und 1 mit deiner mama gemacht oooooh ja aber die ist hier digga die ist hier digga aber die hat mir erzählt digga dass du ne sehr 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 klein Penis hast nur und den und den der ist irgendwie komisch halt weißt euch mal ja scheiß rein scheiß rein ja digga auf jeden fall nein ich will jetzt nicht schätze ich mein freestyle rausholen deswegen bin ich mal leise weil wenn ich freestyle dann würde ich deine Mutter so an den Arsch stecken dass sie nie wieder nie wieder laufen können und das würde ich ja auch Boah Junge reicht doch jetzt langsam was ist denn los mit dir hast du irgendwie zuviel Teebeutel geraucht naja ohne Wiss ey was denn fertig ja Junge ich bin voll cool alter ich muss den streck mal abfacken das ist ein 2er kd boah ja voll Junge ich habe ich habe ich habe ich habe ich bin voll cool ey was was nochmal was also red mal richtig Junge Junge ey ich mach erstmal einen gescheiten Account namen dann reden wir weiter mit das ist mein Abfang Account aber dumme Leute merken nicht so schnell alleine alleine dein Emblem alter ich code einfach nein einfach nein ok einfach nein ok gut und sie fühlt sich das an vom eigenen Vater in den Arsch gefickt zu werden jeden Tag pünktlich um 22 Uhr Lach alleine ey 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 Kunai rasierbeine ey weißt du wenn er mich flasht er wirft alle Schockladungen Essmine seine Mutter die fette Hausfrau alter einem Twin wo meinst du eigentlich wer du bist er meint dass er ein Twin ist deine Frösse ja moin einfach nein moon joey fight duou wo sind die mann kein miss geworden Sam's sin beide hinter mir gespawn ich schwöre Opfer ey kein Miss luinen kommen doch aus deiner Sch Alors mach mal Drona oder so Machen wir nicht